ok weiter geht's ja man sieht die höhle ganz leicht hier unten wenn wir glück haben ist das wirklich ein weg rundherum wir wollen sagt doch dass die heizkette hier eins und das schwert was dabei liegt und dann gehen wir uns weiter umsehen also werden da unten eine höhle da haben wir noch mehr zwarte und die wollen gehen auch dem ist die pfeile aus wieder eine gruppe aufgerieben ja hier hat du hast noch gar nichts im inventar also gehst du mal hier ausländern ja wie ihr wünscht was wollt ihr beinahe unter meiner hörte und da ist noch eine höhle zwei sogar gucken wir erstmal in die größere höhle rein noch mehr zwarte wo hält sich mal die zent zurück wollte ich sagen eigentlich so und hier kümmern wir uns um die restlichen ja also zwarte töten ist fast schon etwas unfair weil die fast nichts können so gut aber der ihre hülle geht noch weiter mal sehen was es dahinten noch in der hülle gibt ein aaskriecher vor dem viecher müssen wir uns definitiv in acht nehmen die können krank machen deswegen kriegt er mal meinen zauber drauf genau krank machen und leben das ist jetzt nicht so toll kann man kann es ja mal versuchen das war verdammt knapp gott sei dank hat immerhin das vieh getötet jetzt hoffen wir mal dass die lähmung demnächst nachlässt dann müssen wir hier gucken dass wir diese hülle als rastoption nehmen obwohl es geht gerade noch so sie hat ja noch mal noch ihre heilfähigkeit da kann sie sich selber heilen okay die erste lehmung kann nachgelassen die zweite lehmung sie wurde so oft gelähmt jetzt so das muss erst mal alles nachlassen so hoffentlich ist hier kein zweiter aaskriecher drin nein deswegen würde ich vorschlagen wir verlassen diese höhle ganz schnell beinahe unter meiner würde und schauen uns die andere noch an und ja ich traue dem ganzen spiel mal ein bisschen nicht ich habe nämlich manchmal das problem wenn ich so kleine orte betrete dass das spiel abstürzt deswegen mache ich manchmal sicherheitshalber versuchen was auch klicks das spiel ist halt wirklich alt weil ich spiele das original und nicht die extended version weil ich finde dass die extended version naja nicht so wirklich tolles von der umsetzung also mich hat sie bis jetzt noch nicht wirklich überzeugt was für ein zauber sprühende hände der zauber bringt es leider nicht so wirklich gut oder ist das sprühende farben sprühende farben mit diesem zauber verspielte magier leuchtende sich beißende farben flächenförmig aus seiner hand hat wirkungsdauer augenblicklich was eigentlich schon mal gut ist ein bis sechs wesen 126 innerhalb des bereichs werden entsprechend ihr zunehmende entfernung vom marke davon betroffen einem wesen im bereich muss ein rettungswurf gelingen oder sie werden ohnmächtig naja bringt nicht wirklich viel aber ja nichts leichter als das ist ganz nett und hier haben wir einen schönen schatz gefunden was bist du eigentlich tank der kälte hier haben wir einen schönen schatz gefunden so erst einmal zauber dein inventar ist voll das geht ja mal gar nicht erst einmal ein paar zauber also noch mal magische geschosse und lebensentzug entzugs von lebenskraft hat nicht geklappt ist auch nicht so wichtig der zauber ist ähnlich sonderlich stark also ich bevorzuge immer magische geschosse wenn es wirklich ist so wir haben hier jetzt ein paar dein inventar ist voll minsk hat noch keine heiltränke dann kriegt minsk mal die drei und du schmeißt mal 1 hiervon raus nimmst 1 davon rein was wollt ihr nichts leichter als das ziehen wir uns mal kurz in die ecke dieser hülle zurück so speichern und rasten einmal so das hat erfolgreich geklappt seine gesundheit wird ist ein bisschen zu wünschen übrig deswegen heilst du mal kathen und du identifizierst dieses buch hier ein leitfaden nach dem obskuren symbol auf dem umschlag zu urteilen besitzt dieses buch eindeutig magische eigenschaften solange nicht versucht ist zu lesen oder zu sehen zentifizieren wird euch die wahre natur allerdings verborgen bleiben also identifizieren sie das mal leitfaden der führungsstärke und einflussnahme einer der beliebtesten leitfäden der führungsstärke und einflussnahme ist das buch mit dem zynischen titel wie man freunde gewinnt und menschen beeinflusst wie andere bücher dieser art steht es für eine philosophie des persönlichen aufstiegs und der manipulation anderer leiden durch die eigene ausstrahlung die autoren und anhänger dieser leitfäden behaupten dass durch die anwendung der neuesten theorien aus dem bereichen soziologie psycho und psychologie das charismar einer version um einen punkt gesteigert werden kann ja etwas out of spiel aber okay in wirklichkeit sind solche steigerungen das ergebnis von schaubersprüchen die während des schreibens auf den text übergegangen sind die selben saubersprüche sorgen auch dafür dass der leitfaden nach erstmaligem gebrauch verschwindet zugegebenermaßen ist dies eine ausgezeichnete marketingstrategie ja wir haben einen super leitfaden kostet nur 20.000 goldmünzen er steigert euer charisma um einen punkt aber danach ist er wertlos er lässt sich auf also müsst ihr noch mal einen kaufen für 20.000 goldmünzen wenn ihr noch mehr charisma wollt das sind übrigens übrigens eins der bücher was ich angesprochen habe womit ich die also wer der charakter erstellung womit ich die attributs punkte steigern möchte also konstitution auf 18 bringen weisheit auf 18 bringen stärke auf 19 bringen geschichtlichkeit 16 intelligenz übrigens weisheitsbücher gibt es drei stück im spiel und ich weiß sogar noch wo alle drei verborgen sind ich glaube abgesehen vom geschichtlichkeitsbuch weiß ich wirklich wo alle sind stärke und intelligenz sind glaube ich am selben ort gewesen nur geschicklichkeit müsste ich mal gucken aber ich glaube das liegt im baldos tor irgendwo jedenfalls benutzen tut man die bücher wie tränke also in den schnell sottel ziehen und dann einfach anwenden charisma wurde auf daumen ein punkt gesteigert 19 charisma das heißt wir kriegen jetzt noch mehr rabatte unter meiner würde bei den händlern so im augenblick kannst du dass sie die diffizieren einmal drin lassen unter meiner würde weil noch sind eine magische geschosse nicht so stark dass sie jetzt gebraucht werden jedenfalls haben wir jetzt das gebiet erkundet das ist schon wieder nacht naja bei nacht auf in so einem klippigen gebiet rum klippigen gebiet das klingt jetzt irgendwie komisch in einem gebiet voller klippen rum zu laufen ist auch nicht gerade die beste idee aber wir sind ja zum glück fast fertig mit dem erkunden und soweit ich weiß gibt es keine höhlen mehr genau wir kommen wieder an unseren ausgangspunkt fast hier unten gibt es doch was ja hier gibt es gibt es sogar noch ein stück weiter sagt bloß da geht es dahin zurück ja da geht es dahin zurück okay dann müssen wir erst mal wieder gegen ein paar zwarte kämpfen wir einfach mal wieder so hinter uns wie sports sind macht nix erfahrungspunkte nichts leichter als das ja beinahe unter meiner würde sind ein paar erfahrungspunkte und ein paar waffen und was ist guter schleuderkugeln magische schleuderkugeln kugeln plus 1 sehr schön den rest können wir leider immer noch nicht identifizieren egal immerhin sollte schon mitkommen gut dann müssen wir wieder hierher zurück hier unten lang ja ein bei los geht 1 guck gerne mal ins inventar wenn wir ein längeres stück laufen müssen gucken ob ich irgendwas bisschen sortieren könnte zum beispiel ob irgendjemand edelsteine doppelt hat um platz zu sparen so wie sie gerade sie haben ganzes deck von den edelsteinen gehabt du hast noch so ein der kann nein ich zum witz zu karlied schwarzen haben wir nirgends okay da sind glaube ich alle gesteckt gut und schwupps sind wir schon an unserem zielpunkt angekommen jetzt können wir uns noch dieses stückchen hier ansehen und dann werden wir die knollfestung wieder verlassen und zurück nach naschkelder reisen und zwar den direkten weg in naschkelder angekommen werden wir wahrscheinlich eine kleine ruhepause einlegen müssen nachdem wir das ganze zeug verkauft haben was wir jetzt mit uns herumschleppen also ja ein paar goldmünzen werden dabei raus springen hoffe ich mal die waffen scheinen doch doch noch einigermaßen verwendbar zu sein trotzdem aufpassen okay wir haben es über die brücke geschafft fast das heißt die knolle können uns mal so also wie gesagt die gebiete hier die 34 die erkunde ich nachdem ich nach in naschkelder minen fertig bin was für ein feind ein paar knolle haben uns eingeholt unterwegs und wir haben schein und wir haben keine feine mehr für ihm das hat uns noch mal etwas geld und edelsteine eingebracht ja gut also die ganze knolle aktion hat sich richtig gelohnt wir haben jetzt schon 719 goldmünzen vorher hatten wir etwas mehr als 100 also haben wir gleich mal unseren unseren geldbeutel versiebenfacht so gut das erste was ich jetzt mache ist nuba loswerden der müsste ja hier unten irgendwo bei dem feld noch rum streuen hatte ich eigentlich gehofft dass er noch hier ist du bist ja und sie werden schon wieder müde habe jetzt keine zeit mit euch zu reden muss nach meinem feed zu hause auf der farm sehen bevor bevor ich gehe noch ein rad an eurer stelle würde ich mich auf der straße vorsehen da draußen hinter wird es gibt es räuber und die sind nicht nur auf gold aus hier nach einer rast kann ich viel klarer denken hier an der stelle ich habe den ganzen tag schon genug